Das Parieren ist natürlich heftig. Das muss ich einfach fix durchsuchen. Vielleicht hat der Medizin für mich. Taubungsbomben, ok. Wo kann ich die denn? Blündern, blündern, blündern. Ich brauche vielleicht so mal so eine Medizinflasche. Dich kümmere ich mich mal als erstes. So. Ne. Deine Mutter. Die nächste Mal auch. Ich komme. Äh. Deine Mutter. So. 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 Okay. Falsch. Okay. Was im Namen des Vaters? Im Namen des Vaters. Im Namen des Vaters. Im Namen des Vaters. Ah. Das ist mein Ding. Frage. Ist jetzt ausgemacht, dass wir in die Ecken gehen müssen, oder? Ja. Was ist das? Woher ist das jetzt? Woher ist das? 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 Was für ein Apparat ist das? Es ist aufs Licht gemacht, genau wie die Karte. Rätsel gelöst. Interagieren. Hier haben wir. War ein bisschen komplex, aber es ging. Was ist das? 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 Moment. Was ist das? 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 Hä? Gibt es hier ein Rätsel zu? Da gibt es natürlich nichts dazu, wie wir das machen sollen. Das war nicht. Das war nicht. Wie haben wir die Krästen nicht gemacht? Was ist das? Das war nicht so, hierher wir auch nicht krone. Es war nicht so, das war nicht so, dass immer die Klatschung verletzt wird alle die Kräste! Also, ich wüsste jetzt nichts darauf. Keine Ahnung, aber wirklich, null Ahnung, muss da irgendwie, muss da irgendwas zu geben. Mir fällt auch nichts ein, hm, ich hab noch mal ein Fixöl. Also, ich hab noch mal ein bisschen, ich hab noch mal ein bisschen, ich hab noch mal ein bisschen Vielen Dank.